So, jetzt sind wir auch schon bei Türchen 9, was ich jetzt öffnen werde. Türchen 9, Türchen 9. Da. Mal sehen, was da drin ist. Ah, ein Nagelack. So, der sieht sehr süß aus und zwar hat der so eine Herzchenform, die Flasche und der ist pink und ja, man soll den abziehen können, wenn der getrocknet ist und wenn man den nicht mal drauf haben möchte und das werden wir jetzt auch mal austesten. So. 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 Einfach ganz normal. Wie jeden Nagelack. Drauf machen. Damit könnt ihr natürlich eure ganze Hand lackieren. Ich lasse jetzt erstmal die zwei Finger und das lasse ich jetzt erstmal trocknen. So, der ist jetzt einigermaßen getrocknet und jetzt werde ich mal versuchen, den abzuziehen. So, wie man sehen kann, ist nichts mehr auf meinem Nagel. Ich habe jetzt alles abgezogen und ja. Okay. So. 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 Vielen Dank.